Mein Name ist Kim Sikon-Reißer. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß zu moderieren. Ich bin jedes Mal aufs Neue gefordert. Es ist nie alt und langweilig. Herr Kröschi, Fleet Connected ist ja die Neuigkeit auf der IAA 2017. Und wir drehen jetzt eine Testfahrt durch Frankfurt. Richtig, ja. Herr Fonot, Sie hatten ja eingangs die Enquete angesprochen, die 2009 bis 2013 sich mit der gesamten Palette an Digitalisierungsthemen beschäftigt hat. Wäre es jetzt an der Zeit eine weitere Enquete nur mit dem Bereich KI, um eben solche Fragen zu klären, zu starten? Also darüber kann man, glaube ich, durchaus diskutieren. Dieses Aufbrechen der hierarchischen Strukturen, haben Sie das schon beobachtet in den Unternehmen, die Sie digital begleiten? Also ja, das versuchen sehr viele. Ich war gestern bei einem großen Automobilhersteller, der im Moment ein paar Probleme hat und der sagte dann irgendwie... Welcher nicht? Also wenn der CEO schon in Jeans und Turnschuhen durch die Gegend rennt, ist das vielleicht ein Zeichen von... Ja. Hier alles gut, ja? Hallo. Es gibt ja heute hier auf dem Familientag bei Void einiges zu erleben und zu entdecken und deswegen werde ich mir jetzt einmal das gesamte Gelände anschauen. Kommt mit. Ich habe natürlich den coolsten Schlitten überhaupt. Mein Fahrrad hier. Könnt ihr sehen. Moment. Nee, so. Nee, ihr könnt es gar nicht sehen. Aber vielleicht mit der zweiten Kamera. Also, starten wir los auf die Tour. Die Sensibilisierung der Führungskräfte ist ja heute Morgen schon mal angesprochen worden in der ersten Plattform. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn wir uns jetzt allerdings dem politischen Handlungsbedarf zuwenden, Herr Hofmann, Frau Ministerin, in Ihrer Arbeit mit der Plattform haben Sie eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt zum orts- und zeitflexiblen Arbeiten. Was sind denn da die ersten Ergebnisse? Zunächst mal, dass wir das vor Ort aushandeln müssen. Coming up, we've got Massive Attack backstage at the recent Air & Style Festival in Austria. So, as you can see, there's so many exciting things to do right here at the Nikon booth. Come by and visit us right here. See you guys.